Geschmackloser geht es kaum. 2016 raste der islamische Terrorist Amri hier Richtung Weihnachtsmarkt, wo er zwölf Menschen ermordete. Jetzt haben Türken die Straße für eine Hochzeitsparty zur Rennstrecke erklärt. Rücksichtslos, aggressiv, lebensverachtend. Diese Kultur gehört nicht zu Deutschland. Integration gescheitert, Senat wird Schuld, sagt AfD-Fachsprecher Hanno Bachmann. Wenn ich mir dieses aberwitzige Video ansehe, muss ich leider mal wieder sagen, gescheiterte Integration führt immer wieder zu Rücksichtslosigkeit und Regellosigkeit im Alltag. Es kann potenziell jeden treffen. Solch ein lebensgefährliches Imponiergehabe hat auf unseren Straßen und in unserer Stadt einfach nichts zu suchen. Statt Falschbarker zu drangsalieren, sollte der Senat konsequent gegen ein solches Verhalten einschreiten. Es muss ermittelt werden und Straftäter müssen dann auch bestraft und gegebenenfalls abgeschoben werden.